jetzt hallo freunde zuschauer die silvesters halten herzlich und nun fängt man langsam an zu überlegen mit welcher knarre man den schönen silvesterfeuerwerk machen möchte in der hoffnung dass auch bei streckschusspistolen nicht die raketen verboten werden aber im letzten jahr hat das noch einwandfrei funktioniert und ich habe ja auch noch einen kleinen restbestand raketen da fünf sechs stück die werden hoffentlich reichen wüsselwester ich glaube nicht aber na egal also geht es diesmal darum ich habe doch eine schöne waffe gesponsert bekommen vom kollegen mario ich habe mich nicht vorbereitet grüße gehen raus und danke noch mal nachträglich dafür und da war ja ein kleines problem mit dem schlagbeuten ich habe noch eine alte pistole ganz ähnliche aber eine andere nummer und die optik ist auch ein bisschen anders die hat noch einen anderen schwachpunkt die ist eben arg zerschossen in dem sinne und mit der habe ich auch nicht mehr geschossen die hat ein kleines problem die verliert doch gar nicht mal ins schlücken weil hier auf der rückseite dieser haken beschädigt ist wo man aber theoretisch auch austauschen könnte ich habe einfach das zubehörer hier ausgebaut und in die reingesetzt aus zweimal eins sozusagen für die tasche dazu schön passgenau alles so das ist das problem was ich meinte siehst du das guck mal hier nur durchs drauf drücken bleibt manchmal dieser schnapper hier hinten hängen obwohl diese waffe noch weniger geschossen wurde wie die andere jetzt vorbereitet habe ich hier irgendwas kleines diesen kleinen schnapper hier hinten der muss nach hinten geschoben werden dann kann man den schlitten runter drücken dann wird er durch die feder wieder vorgeschoben das ist jetzt wieder blöd vorführeffekt aha scheinbar baut hier dieses magazin zu viel spannung so ein bisschen bewegen also das ist immer der knackpunkt bei allen von diesen waffen die so auf diese basis aufgebaut sind gibt es ja die ganz verschiedenen von firma rek so hat das ding vollständig entladen ja also es funktioniert jetzt ich habe diese waffe auch geschossen wir können mal trockeneinschuss abgeben es ist nichts im patronenlager wir haben das kontrolliert vorführeffekt vorführeffekt man hört es ne jetzt funktioniert der schlackbolzen wahrscheinlich habe ich das magazin zu voll geballert aber es kann gar nicht sein ich habe hier 1 2 3 4 munkeln drin und in dem anderen 0 also ich habe schon ganz paar weggeschossen und diese ist scheinbar 1 2 3 4 5 schuss ausgelegt ich würde sagen 1 2 3 4 5 6 also eine mehr ich weiß nicht warum schreibt in die kommentare rein jedenfalls diese beiden waffen ähneln sich sehr stark mit ein kleines bisschen herumfeilen habe ich es geschafft dass auch das andere magazin hier rein passt das ist ja immer das a und o zu silvester dass man mal ein bisschen mehr ballern kann ohne dass man immer die mumpeln rein stecken muss und so ein kleines ersatzmagazin kostet ja auch geld das funktioniert auch das ist jetzt das originale genau aber jetzt habe ich bloß wuschig gemacht warum hat das jetzt eben also wenn dieser kleine wie nennt man das teil hinten dieses haltestück durch die schlitten bewegung nach vorne rutscht dann fällt euch der schlitten ab und im extremfall schnippst vielleicht dieses wichtige bauteil auf nimmerwiedersehen davon weil hier direkt eine feder gegen drückt ich nenne es mal die schließfeder da ist das ja schlackbolzen feder oder schlitten schließfeder wie auch immer habe es bestimmt jetzt falsch gesagt aber jedenfalls funktioniert hat ich habe das ding auch probiert geschossen etc und dieses andere magazin passt jetzt hier auch rein es hat ein bisschen fummelarbeit gekostet das ist der vorführeffekt jetzt keine ahnung warum wahrscheinlich muss mehr fett hinten rein damit das ding in position bleibt aber das war wie gesagt auch bei dieser anderen waffe das problem ich kann es ja mal zeigen wir öffnen das teil mal einfach bloß dieses ding nach hinten drücken ob oder halt wackeln hier bleibt diesmal in position jetzt ist der ach ein bisschen zu dick der und der den ich hier zur hand habe kurz auf stock drücken oder wir nehmen das hier hat eine schöne spitze wir drücken dieses teil nach hinten und dann lässt sich das schlitten nach oben abnehmen und hier so das ist eben dieser knackpunkt dieser haken der hinten dran ist der ist hier sehr abgenutzt dieser haken war verbogen gewesen ich habe ihn dann versucht zu richten aber so richtig passt das nicht mehr bei meiner alten waffe ich habe dann beim schießen wirklich den schlitten verloren also kann mir jemand in die kommentare reinschreiben ob er das in den griff bekommen hat oder auch nicht das ist hier wie gesagt ganz ähnlich bei der wir öffnen das hier auch mal einfach hinten rein drücken zack zack dann kann man den schlitten abnehmen und wie man hier sieht im direkten vergleich sieht hier oh ich halte mal die hand hinten dran bei der unteren waffe dieser haken noch massiver aus wie bei der oberen waffe wie gesagt das ding war stark verbogen und eigentlich nicht mehr funktionstüchtig ich habe es versucht zu richten und habe es dann wieder neu ein bisschen nachgefeilt weil ich dachte wenn ich etwas tiefer reinfeile hält dieser schnapper hier hinten etwas besser aber es war nicht der fall keine ahnung ich habe wie gesagt aus zwei mach eins gemacht schlagbolzen von der einen in die andere und dann die magazine auch ein bisschen angepasst bis jetzt auf den vorführeffekt dass eben die spannung von 1 2 3 4 patronen ausgereicht hatte den schlücken nach oben weg zu drücken weil beim hin und ups beim das war jetzt die feder hier unten beim hin und her gleiten bleibt dieses kleine bauteil jahne hängen der befindet sich hier hinten zack so drinnen und seltsamerweise bleibt er hängen der schlitten drückt sich nach oben weg und ihr habt bauteile und einzelteile in der hand ist so meine erfahrung mit diesem typ naja signal waffe aber es hat funktioniert ich habe letztens da mit probe geschossen einwandfrei und habe sie wieder zusammengesetzt und alles geht alles super die feder kommt hier unten rein das ist die rückholfeder für den schlitten währenddessen das hier oben die feder ist für den schlagbolzen ja wir werden damit viel spaß haben wie gesagt es gab ja noch ein zubehör von dem kollegen mit dazu grüße gehen nochmal raus und danke und das einzigste war bloß gewesen dass von diesen adaptern die hier bei liegen leider keiner hier vorne reinpasst ich muss auch nochmal den fundus mit diesen alten 8mm schreckschuss durchgehen die ich schon mal vor längeren mal gereviewt habe die auch eine spende waren ob da eins von diesen adaptern passt wir wollen ja mal den multishooter auch mal ausprobieren das machen wir dann kurz vor silvester oder bei silvester wie auch immer ja das wollte ich bloß mal dazu sagen dass ich hier das gerät schussfähig bekommen habe und auch ausprobiert habe und danke nochmal ok das war es eigentlich grüße freunde und zuschauer wir machen nochmal ein kleines update video wahrscheinlich war das jetzt alles mein fehler weil gerade beim zerlegen und zusammenbau habe ich festgestellt dass die problematik bei diesen beiden waffen jetzt davon herrühren kann dass ich beim aus 2x1 projekt dieses endstück hier vertauscht habe weil das war in der anderen waffe drinnen sieht aber blanker aus wie das was äußerst abgeschrubbert ist und hier ist auch die feder verbogen ich würde sagen das mit der verbogenen feder gehört natürlich in die alte waffe von mir rein währenddessen das neue oh jetzt habe ich es ja wieder falsch gemacht das neue bauteil mit der geraden feder natürlich in die andere rein gehört nach vorführeffekt das wollte ich bloß mal so sagen das liegt wahrscheinlich nur an meiner eigenen dummheit wenn man schon aus 2x1 probiert muss man natürlich die neueren bauteile in die neuere waffe einsetzen guck dir mal an wie hier die kartusche vergammelt ist ja äußerst oxidiert also sprich dafür schnellstmöglichst abzuschießen radau zu machen und draußen die nachbarschaft ein bisschen zu unterhalten aber das war früher schon so ein problem gewesen wenn man das magazin überladen hat hat das zu problemen geführt zu zuführproblemen zum beispiel bei meiner 08 war wohl so ein problem wenn man die richtig da das magazin vollgequetscht hat es ging ja immer noch ein schuss mehr dann gab es da auch schon wieder probleme beim zuführen blockieren etc gut ich werde jetzt die sachen wieder zusammensetzen dann haben wir alle spaß der kollege macht hier mal ein schönes foto von das gehört nicht dazu und dann kann es weitergehen tschüss Freunde also ich werde jetzt mit ihm um weit raus